Jo, hi zusammen. Wir wollen uns heute Lernfeld 6, Güter verpacken, anschauen. Ich habe euch mal ein paar wichtige Themen, die eventuell für eure Abschlussprüfung als auch für die Berufsschule wichtig sind, rausgesucht und würde sagen, schauen wir uns die mal an und besprechen die mal und viel Spaß. Jo, da sind wir auch schon drin. Wir wollen uns heute mit Lernfeld 6 beschäftigen, Güter verpacken und wollen uns da so ein paar wichtige Themen mal heute anschauen. Unter anderem, ihr seht schon, Funktionen der Verpackung, wichtiges Thema für die Abschlussprüfung im theoretischen und praktischen Teil. Ja, wird das immer mal gerne abgefragt, welche Funktionen es da gibt und ihr müsst die dann auch beschreiben. Wir haben auch schon oft beim Fachgespräch gefragt, diese Fragen, deswegen recht wichtig, das solltet ihr wissen. Wir gucken uns gleich nochmal so bestimmte Fachbegriffe an, die zur Verpackung passen bzw. da in dem Themengebiet sind und schauen uns am Schluss auch nochmal so die Euro-Palette an. Da arbeitet ihr jeden Tag mit und da kommen auch nochmal ein paar Fragen und damit wir uns mal angeguckt haben, machen wir das einfach mal. Wir wollen hier mit den Funktionen erstmal anfangen, also welche Funktionen können Verpackungen haben. Es gibt insgesamt fünf Funktionen, die ihr euch merken müsst bzw. über die ihr was erzählen müsst. Nicht schwer, wir müssen uns die aber mal angucken und ich würde sagen, das machen wir doch jetzt einfach mal. Gut, ja, fangen wir mit der ersten Funktion an. Das ist die Schutzfunktion. Ich denke, das Wort sagt schon alles. Die Verpackung versucht bei der Schutzfunktion selbstverständlich meine Ware vor verschiedenen Gefahren, die von außen kommen, zu schützen. Das kann ein Karton sein, das kann ein Container sein, das kann aber auch eine Holzkiste sein, wo ich meine Ware reinlege. Und wenn ich die Ware bewege bzw. auch wenn sie nur wirklich bei mir irgendwo im Regal steht, soll es vor verschiedenen Gefahren von außen schützen. Das kann Schmutz sein beispielsweise. Das kann aber auch sein, wenn ich die Kiste oder meine Ware mal irgendwie anfahre bzw. mal fallen lasse oder sie erschüttert wird. Soll das natürlich nicht direkt kaputt gehen, sondern sie soll geschützt werden durch diese Verpackung. Und beispielsweise ein Container, der soll ja für die Überseefahrt die Ware schützen, dass sie nicht kaputt geht, nicht nass wird oder sonst irgendwas. Und das ist eine Schutzfunktion. Dann als nächstes die Lagerfunktion. Das Wort sagt es eigentlich auch schon. Sollen die Einlagerungen und Auslagerungsprozesse verbessert werden? Ja, das könnt ihr euch so vorstellen. Nicht alle Waren sind ja in einer quadratischen oder rechteckigen Form. Ja, so dass ich die wunderbar auf eine Palette stapeln kann oder in irgendwelche Regale stapeln kann, wo ich die schnell rein- und rausholen kann, wenn ich so eine Form habe. Ja, sondern es gibt ja Waren, die von Grund aus, ja, eine andere Form haben. So, dass ich die nicht einfach locker irgendwo einlagern kann, rausnehmen kann, ja, und die abweichend von so einem Rechtwinkligen oder sowas. Ja, so von so einem Karton beispielsweise. Und die können dann natürlich verpackt werden, ja, in Formen beispielsweise. Ich sage jetzt mal ein Quadrat oder ein Rechteck, ja, in einem Karton beispielsweise. Ich kann die überall einlagern, ich kann die überall reinstellen, je nachdem, wie groß die sind, ja. Ich kriege die wunderbar gelagert und habe da ein System drin, ja. Und muss dann nicht irgendwelche Einzelstücke beziehungsweise irgendwelche Stückguts irgendwo einlagern, sondern kann die beispielsweise auch stapeln, ja. Das sind Möglichkeiten und das sind die Lagerfunktion, ja, dass ich besser ein- beziehungsweise auslagern kann und, ja, im Prinzip alles schon schön in Form gebracht werden kann durch die Verpackung, ja, dass ich die besser einlagern kann. Ja, die Transportfunktion wäre dann die dritte Funktion, ja, sagt auch alles, ich muss die Geschichten natürlich auch transportieren können. Hat natürlich auch ein bisschen was mit der Lagerfunktion zu tun, ja. Ja, Transportfunktion soll die B- und Entladung verbessern, ja, das ist im Prinzip genau dasselbe, was auch bei der Lagerfunktion ist, dass ich meine Waren und Produkte so verpacke, dass die natürlich A in LKW oder jeweils in den Transportbehälter dann passt, in das Verkehrsmittel passt, womit ich das dann im Prinzip transportiere, ja. Ich kann vielleicht auch mehr Ware auf eine Ladefläche bekommen, wenn ich die natürlich verpackt habe, anstatt unverpackt, ja, A, haben sie ja keinen Schutz und zweitens kriege ich natürlich da vielleicht ein bisschen weniger rein, anstatt wenn ich die irgendwie in Kisten oder in Kartons oder sonst irgendwas verpackt habe. Erleichtert mir das B- und Entladen natürlich, ja, und bei der Durchführung von Transporten selbstverständlich auch, ja, das hat dann natürlich auch wieder so ein bisschen mit der Schutzfunktion zu tun. Ähm, und ich kann die Ladung auch vielleicht besser sichern, wenn ich die verpackt habe, ja, innen drin, ähm, beziehungsweise wenn ich natürlich jetzt einen Container sehe, äh, als Verpackung, ja, ist ja auch eine Verpackung, ein Container, ähm, damit kann ich dann im Prinzip meine Waren, ähm, egal was es ist, ja, die werden ja durch diesen Container, durch die Verpackung geschützt, ja, ich kann sie sogar über See transportieren, ja. Und so ein Container ist beispielsweise, ja, hat eine super Transportfunktion, weil er meine Waren, weil ich meine Waren auch über See mit dem Containerschiff dann transportieren kann, beispielsweise, ja, beziehungsweise auch in den Container im Prinzip, äh, laden kann, ja, oder auf das LKW, auf den LKW-Auflader draufladen kann, ja, dass meine, äh, meine, meine Waren so verpackt sind, wie ich das eben bei der Lagerfunktion erklärt hatte, dass die wunderbar, äh, reinpassen und dass sie die auch wunderbar wieder entladen könnt. Ja, Verkaufsfunktion, die nächste Funktion, ja, das ist im Prinzip die Werbefunktion, ja, ihr könnt das selber gucken, wenn ihr ein Produkt kauft, ähm, ihr geht in den Laden rein und ihr habt drei identische Produkte, aber von drei unterschiedlichen Herstellern, ja, da guckt ihr natürlich erstmal drauf, boah, wie sehen die Dinger aus, ja, wie, äh, wie sehr kitzeln die, ja, meinen Kaufinstinkt sozusagen, ja, wie sehr sprechen die mich an, ja, ja, ich kann auf jede Verpackung halt ein Design drauf machen, ja, von meiner Marke, die Leute sollen das wiedererkennen, ja, ich möchte ein Image aufbauen, ähm, Leute können das eventuell direkt in den, äh, Verkaufsregalen sehen, ähm, euer Produkt, ja, und das ist dann halt eine Werbefunktion, die ich auf die Verpackung drauf machen kann, ja, dass meine Waren wiedererkennen werden. Ja, dann Bildung von Verpackungseinheiten, selbstverständlich auch, ja, ähm, Thema Schrauben beispielsweise, ich verkaufe ja keine zwei, drei Schrauben einzeln, kann ich zwar machen, ne, aber ich kann auch, äh, Verpackungseinheiten bilden, ja, 100er Pack, 200er Pack, 300er Pack, ja, und, äh, kann die dann im Prinzip so verkaufen. Ähm, ja, Zusatznutzen der Verpackung, ich hab hier Senfglas oder Boxing geschrieben, ne, Senfglas, äh, kennt vielleicht der ein oder andere noch, ich kenn's noch von früher, ja, Senfgläser wurden damals natürlich dann irgendwie verbraucht, und nachher konnte man das Senfglas noch als normales Glas benutzen, wenn man's dann gespült hat, ja, und das ist dann ein Zusatznutzen, ja, den man durch diese Verpackung, ja, das war ja die Glasverpackung, die dann den Senf gehalten hat, beziehungsweise inne hatte, kann man dann auch als Glas benutzen, das gleiche, ich hab mal eine Box hingeschrieben, ja, eine Box, keine Ahnung, man kann irgendwas einsorzieren, irgendwas lagern, äh, in irgendeiner großen Verpackung, ja, äh, kann man dann auch noch benutzen, ja, bevor man in den Müll schmeißt, ja, vieles kann man in den Müll schmeißen, ja, aber vieles kann man auch noch weiter benutzen, beziehungsweise man hat einen Zusatznutzen daraus, ja, und das ist die komplette Verkaufsfunktion hier, ja, und dann fehlt noch die Informationsfunktion, ja, äh, was ist die Informationsfunktion, und was hat die Verpackung damit zu tun, ähm, ja, auf Verpackungen steht natürlich auch ein bisschen was drauf, ja, nicht nur das Logo von eurer Marke, wo ihr das, oder vom Hersteller, sondern, ähm, da stehen ja noch ein paar andere Sachen drauf, ja, ja, unter anderem wollt ihr natürlich auch wissen, wenn ihr so ein Produkt kauft, ähm, wie viel das vielleicht kostet, ja, da kann man es draufkleben, ja, was überhaupt da drin ist, wie ist die Anwendung, äh, ich hätte ja auch gerne ab und zu mal ein paar Informationen über das Produkt, ja, warum das so toll ist, ähm, steht ja auch mal hinten drauf, ja, die Haltbarkeit auf Produkten, ne, besonders im Lebensmittelbereich steht auch alles drauf, das heißt, ich kann viele Produktinformationen auf meiner Verpackung draufschreiben, was dann die Endverbraucher, beziehungsweise euch, ja, ähm, dann informiert über das Produkt. Dann habe ich noch Träger von Daten draufgeschrieben, ja, ist es ja auch, ne, beispielsweise stehen ja auf diesen Verpackungen QR-Codes drauf, ja, dann kann ich mit dem Handy hingehen, einscannen und dann bin ich auf der Webseite von dem Hersteller, ja, ja, Strichcodes sind drauf, äh, generell für den Preis, ja, aber auch bei euch im Lager, wenn ihr eine Umverpackung beispielsweise, äh, ähm, um eure Güter drum habt, ja, könnt ihr Strichcodes drauf machen, das heißt, wenn ihr beispielsweise Pick-by-Scan habt, ja, ihr kommissioniert mit einem Scanner, könnt ihr sogar diese Scan-Dinger auf eure Umverpackung drauf machen, ja, und dann damit, äh, kommissionieren, ja, da können solche Daten draufstehen, äh, ne, man hat vielleicht auch Alpha-D-Chips oder so, je nachdem, was das für Ware ist, kann man auch drauf machen, draufpappen, den, äh, Transponder und, äh, ja, kann auch Träger von Daten sein, ja, und, ja, ich habe noch Hinweise auf Handhabung und Warnungen, das heißt, man kann ja ab und, äh, man sieht ja ab und zu mal auf den, ähm, ähm, auf den Verpackungen, ja, beispielsweise im Karton hat man ja Handhabungshinweise bzw. diese Symbole, die draufstehen, äh, beispielsweise dieser Regenschirm, ja, ja, nicht, äh, vor Feuchtigkeit schützen beispielsweise, ähm, man hat, äh, aufrecht lagern, ja, diese zwei Falle, die dann, äh, vom Boden nach oben, äh, zeigen, wie man das zu lagern hat, ja, ja, das sind alles Handhabungshinweise, die draufgeklebt werden können, ähm, und dann im Prinzip die, äh, den Frachtführer beziehungsweise, äh, die Kunden bzw. die Leute davor, äh, äh, im Prinzip informiert, äh, wie sie die Kiste beziehungsweise das Gut in der Verpackung, ähm, ja, Handzuhaben haben, ja, Warnungen, selbstverständlich auch, transportiere ich Gefahrgut, muss ich, äh, zum größten Teil draußen natürlich das dann, äh, kenntlich machen und, äh, Leute davor warnen, dass es sich hier um Gefahrgut handelt, ähm, was da drin ist und, äh, ja, das wird, äh, kann man auch auf die Verpackung draufkleben, ist auch eine Information und die dient zur Information dann selbstverständlich von unterschiedlichen Leuten, Frachtführern oder Endbenutzern, wie auch immer, ja, das sind diese fünf Funktionen, die solltet ihr euch merken, die solltet ihr euch draufhaben und, äh, ja, könnt die kurz erklären und dann seid ihr dahingehend ganz gut vorbereitet, wenn mal nach den Funktionen der Verpackung gefragt wird. Gut, ja, das zu den Funktionen, ähm, ich hab hier ein nächstes Thema aufgeschrieben, seht ihr gerade unten schon, Beanspruchung der Verpackung, das kommt ab und zu auch mal, ja, wird ein bisschen abgefragt und, äh, soll eigentlich darüber informieren, was der Verpackung im Prinzip schaden kann, ja, äh, wenn ihr damit im Lager rumhantiert, beziehungsweise wenn die bei euch rumliegen, ähm, ja, Beanspruchung durch, äh, Kräfte, das solltet ihr euch einmal merken, was bedeutet durch Kräfte, ja, ich hab hier einmal Fall, Schub, Stoß, Druck und Erschütterung, äh, aufgeschrieben, ähm, bedeutet, ja, wenn ihr ein verpacktes Lagergut bei euch im, äh, Lager stehen habt, ja, Beanspruchung, das heißt, es kann zu Fall kommen, das heißt, es kann irgendwo runterfallen, ja, vom Gabelstapler fallen, aus dem, ähm, weil ich nicht beim B-Laden kann es irgendwo runterfallen, ja, es kann auch aus einem Lagerregal mal fallen, äh, es kann auch aus einem Lagerregal fallen, wenn man es vielleicht falsch mit dem, äh, Stapler runterholt, ja, das ist alles möglich, ja, man muss dann natürlich da versuchen, die, ähm, seine Waren so gut wie möglich zu stabilisieren, ähm, dass es nicht zu einem Fall kommt und falls es mal fällt, ja, dass ich vielleicht das Innenleben des Kartons, ja, je nachdem, was ich da für eine Ware habe, ähm, Puffer, so, dass da nichts passiert, ja, wenn es hinfällt, ja, und da muss ich natürlich immer gucken, okay, wie kann ich meine Waren bestenfalls in meinem Lager sichern oder generell, wenn ich die verpacke, dass bei einer Beanspruchung, beispielsweise durch Kräfte, durch Lebewesen, Diebstahl oder Klima, ja, dass da nichts passiert. Schub, genau dasselbe, ne, ich habe neben ihm geschrieben, physikalische Grundlagen, das heißt, wenn ich beispielsweise, ähm, mit dem Stapler was geladen habe, eine Palette, ja, und bremse dann, so, dann wirken da ja Kräfte drauf, ja, wie beim LKW auch, Trägheitskraft, Fliehkraft, äh, Massenkraft, ja, und, äh, innerhalb der Verpackung rutscht dann ja auch die Ware nach vorne gegen die Verpackung, ja, und das ist dieser Schub, da kann was gegenkommen, beziehungsweise kaputt gehen, und da kann man natürlich auch versuchen, innen drin, ähm, die, die Lücken zu füllen, beispielsweise bei sehr sensiblen und leicht zerbrechlichen Gütern, ja, dass da nichts passiert beim Schub, dass man versucht, die Verpackung innen drin, als auch außen so zu schützen, dass dann nichts kaputt geht, wenn mal einer, ja, in Beanspruchung durch Schub im Prinzip, wenn einer mal hart bremst oder auch bei einem Transport, ähm, der Frachtführer, beziehungsweise der Fahrer mal bremst, ja, dass da nichts passiert. Stoß, genau dasselbe, kann jemand gegenfahren, ja, ähm, da sollte man bestimmte Vormaßnahmen, beziehungsweise Vorsichtsmaßnahmen natürlich generell vorüberlegen, ja, dass sowas nicht zustande kommt, dass irgendwo jemand gegenfährt, passiert aber immer, und dann muss man halt seine Waren so schützen, dass da nichts passiert, ja, auch wenn jemand da mit einem Stapler gegenfährt, äh, kommt immer wieder vor, ja, man kann nicht alles schützen, aber, äh, das kann passieren, ist natürlich eine Gefahr auch für eure Verpackung, ja, Druck dasselbe, wenn man oben etwas schweres äh, stellt, ja, auf andere Waren, Palette auf Palette, ja, oder wenn man Sandwich-Paletten irgendwie bildet, und, äh, irgendwas ist zu schwer, ja, können Kartonsverpackungen können eindrücken, und, äh, das sollte man natürlich vermeiden, dass sowas etwas passiert, deswegen auch nie schwerer Waren auf leichte Waren draufstellen, ne, aber das kennen wir ja schon. Genau, Erschütterung, ja, während der Fahrt, wenn man mal über Hohl fährt oder sowas, das sollte auch da, äh, gesichert werden, das kann man natürlich auch an und in, äh, innerhalb der Verpackung machen, ne, irgendwie schützen, beziehungsweise puffern mit, äh, Füllmittel oder außenrum, ähm, das ein bisschen absichern und härter machen, oder sich vielleicht für eine andere Box dann entscheiden, ja, ähm, das ist dann alles möglich. Ja, Beanspruchung durch Lebewesen, ja, Ungeziefer, äh, das läuft auch mal gerne im Lager rum, da gibt's dann natürlich so Präventionen, also was kann man dagegen vorher machen, ähm, ne, Sauberkeit selbstverständlich, äh, aber, äh, auch, ähm, ja, dann halt Kammerjäger rufen, ähm, keine irgendwelche Essensreste da haben, die abgelaufen sind, ja, die irgendwelches Ungeziefer dahin führt, deswegen Beanspruchung durch Lebewesen, ja, auch eine kleine Gefahr durch unsere Verpackungen, die dann ein bisschen anknabbern oder sowas, ne, das kann aber mal passieren. Ja, Beanspruchung durch Diebstahl, das kann natürlich auch mal passieren, ja, dass man ein paar Langfinger hat und, äh, besonders bei, äh, sehr teurer Ware ist das natürlich sehr ärgerlich, wenn da was geklaut wird, ne, ähm, was kann man dagegen machen? Ganz einfach, man kann seine Waren, die teuer sind, ja, und die nicht gestohlen werden sollen während der Fahrt oder im Lager beispielsweise, ähm, kommt alles schon mal vor, ist auch alles schon vorgekommen, ähm, wie kann man die Ware gegen Diebstahl schützen, ähm, man kann beispielsweise Umverpackungen machen, das heißt, ich nehme mal ein Beispiel, Playstation 5, ja, steht im Lager und, äh, da sind natürlich alle scharf drauf, ja, auch die ganzen Spitzfinger und wie kann man sowas am besten schützen, ja, man kann, äh, entweder die komplett, äh, in Sperrlager sperren, dass auch keiner drankommt, ja, man kann, äh, Umverpackungen bilden, das heißt, die Playstations können in neutrale, äh, Umverpackungen gepackt werden, in Kartons, das heißt, man sieht im Prinzip gar nicht mehr, dass das Playstations sind, ja, ähm, man kann die Paletten folieren, ja, das heißt, vielleicht nicht mit transparenter Folie, das bringt nichts, ja, sondern, äh, schwarzer Folie, dass man nicht sehen kann, äh, was da drin ist, ja, man kann die beispielsweise mit Stahlbändern umreifen, ja, dass da keiner drankommt, ja, man kann auch Videokameras aufstellen, ja, das sind dann auch, äh, so Sachen, die man dann sagen kann, ähm, ja, so habt ihr mal ein paar Sachen, äh, die gegen Diebstahl schützen, äh, oder Diebstahl schützen können, ja, ähm, ja, ähm, ja, beansprucht durch Klima, auch ganz klar, ne, je nachdem, äh, welche Temperaturen da sind, habe ich einen Lichteinfluss oder sonst irgendwas in meinem Lager, was, äh, meine, äh, Verpackung oder meine Waren angreift, ja, das kann dann natürlich zu, äh, Verfärbungen kommen, wenn ich komplett Licht habe, ne, das ist vielleicht jetzt nicht Klima, aber wenn ich natürlich, äh, Ware habe, die, äh, bestimmten Temperaturen unterliegen muss, ja, oder Sachen, die zu warm werden und dann kaputt gehen, ja, das muss man natürlich auch bedenken in so einem Lager, da, je nachdem muss man sich dann auch ein Kühllager bauen, ja, ähm, oder ein geschlossenes Lager, damit die Sonneneinstrahlung nicht draufkommt und es zu warm wird, ähm, ja, ne, ihr wisst, wovon ich rede, klimatische, äh, Beanspruchungen, äh, für eure Waren und eure Verpackungen, ähm, das muss man dann halt, äh, je nachdem regulieren mit der Temperatur und gucken, dass, äh, das Klima meine Waren natürlich nicht beansprucht und das muss ich die ganze Zeit auch im Fokus haben dann, ähm, äh, im Lager, damit meine Waren dann dadurch nicht kaputt gehen. Gut, ja, das kurz zu den Beanspruchungen der Verpackung bzw. die Gefahren, die im Lager auf meine Verpackungen, ja, bzw. auf meine Waren Einfluss nehmen können bzw. was ich dagegen im Vorfeld machen kann. Gut, ja, die, äh, ich hatte euch gesagt, die wichtigen Begriffe im, äh, Lernfeld 6, Güter verpacken, habe ich euch hier auch nochmal draufgeknallt, äh, viele haben mal nachgefragt, dass man, äh, ja, dass so viele Begriffe hat und, äh, ja, ihr müsst die lernen, diese Begriffe, ihr müsst wissen, was diese Begriffe, die ich hier aufgezählt habe, was die bedeuten, ähm, ähm, aber wenn man so eine ganz gute Übersicht hat, dann ist das auch gar nicht so schwer und, äh, ich würde sagen, ich habe euch diese 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, äh, Fachbegriff hier mal mitgebracht und ich würde vorschlagen, die schauen wir uns einfach jetzt mal an. Ja, was ist beispielsweise ein Packgut? Ein Packgut ist eigentlich die Ware, die verpackt werden soll oder schon verpackt ist, ja? Äh, äh, das ist beispielsweise Lebensmittel, ja, eine Gurke, die, äh, schon in einer, ähm, Klarsichthülle da bzw. in so einer Schrumpffolie verpackt ist, ja? Äh, ähm, das Packgut, das verpackt werden soll oder schon verpackt ist, ja, das ist das Gut an sich erstmal. Ja, Packstoff, was bedeutet das? Jo, das ist der Stoff bzw. Material, aus dem das Packmittel besteht, ja? Habe ich beispielsweise eine Holzkiste, ja, ist der Packstoff Holz. Habe ich einen Karton, ist beispielsweise das Material bzw. Stoff Pappe, ja? Oder habe ich, äh, einen Container, ja, ist, äh, beispielsweise mein Packstoff, äh, weiß ich nicht, aus was ist es, Alu bzw. Metall, äh, Stahl, ja? Ähm, das ist mein Packstoff, das heißt, das sagt nur, aus welchem Material mein Packmittel bzw. mein Packhilfsmittel besteht, ja? Und das ist der Packstoff. Was bedeutet denn erstmal dann Packmittel, ja? Ich habe gerade auch schon Packmittel was gesagt, ja? Das ist der Gegenstand, in dem die Ware gelegt wird, ja? Das ist eure Verpackung, ja? Das Packmittel. Das ist wie das, äh, Verkehrsmittel, ja? Da sagt man ja auch Lkw oder Bahn oder sonst irgendwas, ja? Beim Packmittel ist es die Verpackung, die ich benutze. Das ist beispielsweise der Karton, ja? Das ist die Schachtel, das ist irgendeine Box, das ist die Palette, das ist ein Container, ja? Da, wo euer Packgut reingelegt wird, ja? Eure Ware reingelegt wird, das ist das Packmittel. So, ja, daneben steht das Packhilfsmittel. Was ist das Packhilfsmittel? Puh, ja, ganz schön viel mit Packen hier zu tun, ja? Aber das Packhilfsmittel ist eigentlich, ähm, das komplettiert das Packmittel, ja? Das Packhilfsmittel ist beispielsweise, ähm, das Klebeband, ja? Wenn ihr irgendwas per Post verschickt, ja? Habt ihr euer Packgut ja im Prinzip, ähm, das, was ihr verschicken wollt, habt ihr ja in den Karton getan, den Karton müsst ihr aber schließen irgendwie, ja? Damit ihr das transportieren könnt. Und daher kommen die Packhilfsmittel beispielsweise dann zum Einsatz, ja? Packhilfsmittel sind dann beispielsweise, ja, Füllmittel, die ihr habt, ja? Wo ihr dann im Prinzip das Innenleben füllt. Und ihr müsst das natürlich auch verpacken, das heißt schließen, damit es dann auch, äh, versendet werden kann, ja? Und dann ist der, das Klebeband im Prinzip auch dazu da, dass das Komplett geschlossen wird, ja? Dass das Packmittel kompletiert wird, zugemacht wird, innen drin, ja? Weil ich nicht Schaumstoff oder sonst irgendwas und ihr bildet eine Folie drum, ne? Umreifung. Das hilft alles dafür, dass dieses Packmittel sicherer gemacht wird, beziehungsweise für den Transport dann fertig gemacht wird. Und das sind diese Packhilfsmittel, ja? Ähm, die man dazu benutzt, ne? Das sind auch beispielsweise Taka oder sonst irgendwas, ja? Ähm, das sind die Packhilfsmittel, mit denen ihr dann das Packmittel kompletiert und dann, äh, ja, finalisiert und dann im Prinzip verschließt, zumacht oder was auch immer, ja? Transportfähig macht. Ja, dann die Verpackung. Was heißt Verpackung? Ja, das ist das Packmittel plus das Packhilfsmittel. Ja, jetzt habe ich euch hier so, äh, schöne, äh, so einen roten Pfeil dran gemacht, beziehungsweise hier, äh, unten beim Packmittel was blaues und, äh, lila beim Packhilfsmittel, ja? Die habe ich euch dann hier nochmal dann, ähm, kenntlich gemacht. Das heißt, von Verpackung spricht man, wenn man das Packmittel und das Packhilfsmittel, also das, was ich euch gerade eben erklärt habe, ja? Ich mach, ich hab meinen Packgut, ja, das packe ich ins Packmittel, so, und das Packmittel wird dann durch das Packhilfsmittel, ja, ergänzt, weil ich möchte es ja entweder irgendwie transportfähig machen, dass da drinnen irgendwie mein Gut nicht kaputt geht, ja? Ich möchte es schließen, mach es zu mit einem Klebeband und dann habe ich die Verpackung, ja? Das ist fertig. Ähm, das ist dann das Packmittel und das Packhilfsmittel und dann habe ich die Verpackung, ja, ähm, Entschuldigung, das ist meine Verpackung für mein Packgut und dann spricht man von Verpackung, weil diese Packmittel und die Packhilfsmittel sollen ja das Packgut schützen, beziehungsweise, äh, versandfertig machen, äh, die brauche ich, um das Packgut dann zu transportieren oder was auch immer dann für eine Funktion, äh, dann da entscheiden soll, ja? Das ist die Verpackung, also Packmittel plus Packhilfsmittel. Die Packung, ja, da kommt auch immer jetzt wieder was Neues, nochmal eine Packung, ja, was ist die Packung, wann spricht man von Packung? Das ist das Packgut plus Verpackung, ja? Also die Verpackung war ja nur die Verpackung, das Äußere, was ich alles an Material brauche, um mein Packgut zu schützen, das ist die Verpackung. So, jetzt kommt mit der Verpackung das Packgut ja da rein, ja? Und das Packgut plus die Verpackung heißt die Packung. Ja? Ja? Das, was ihr dann verschlossen habt, ja, euer Packgut, was ihr reingelegt habt, plus die Verpackung, ja, plus Packhilfsmittel drum, ja, das ist die Packung. Da spricht man von Packung und das ist das Packgut plus die Verpackung. Ja? Das ist Beispiel, äh, wer, ja, Öl, ja, was ihr euch im Handel kauft. Da ist das Öl drin, die Flüssigkeit, äh, draußen ist die, äh, Verpackung, das Glas im Prinzip und, ja, nimm mal ein Packhilfsmittel, äh, wäre dann oben der Stopfen, den er drauf macht, ja, oder den Schraubverschluss, ähm, da hättet ihr eine Packung, ja, Zigaretten, genau dasselbe. Ähm, die, äh, Verpackung ist ja die Zigarettenschachtel in dem Fall, ja, mit dem, mit dem, äh, mit dem Plastikpapier, was nur drumrum ist, ja, das ist das Packhilfsmittel beispielsweise und, äh, wenn die Zigaretten reinkommen und die Verpackung da drum, ja, dann habe ich eine Packung kippen, ja, also Packung ist dann das Packstück, äh, Packgut plus, ähm, die Verpackung. Ja, und das Packstück, ja, das ist die, äh, Packung, die für einen Transport geeignet ist, ja, das sind beispielsweise, äh, Kartons, äh, die auf einer Palette gebündelt worden sind, ja, oder in Gitterboxen, Rollcontainern und, 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 ja, das ist im Prinzip das transportfähige Packstückgut, was dann im Prinzip bei euch in der Lagerhalle steht, ja, dass, äh, beispielsweise, wie ich gerade schon gesagt habe, Kartons dann, äh, einheitlich auf eine Palette geladen worden sind, foliert worden sind, ja, dann kommt da alles draußen noch drauf und dann habe ich ein Packstück, was zum Transport dann bereitsteht und komplett fertig ist, ja, und das sind diese Begriffe, die ja eigentlich, äh, draufhaben müsst, wenn wir über Verpackung reden, das wird gerne mal abgefragt, ne, wir schon halt immer so, so, was ist ein Packgut, was ist eine Packung, was ist eine Verpackung, was ist ein Packmittel, was ist ein Packstück, ja, da kommt man immer ein bisschen durcheinander, was das alles mit diesem Pack dann zu tun hat, ja, äh, ganz viel Verpackung, Packung und so weiter, ähm, ja, um das erst mal ein bisschen dann zu, äh, aufzubröseln beziehungsweise ein Übersicht zu schaffen, habe ich euch hier mal diese Folie hergestellt, beziehungsweise das euch mal versucht, ein bisschen anhand dessen zu erklären. Okay, das zu den Begriffen, beziehungsweise zu den wichtigen Begriffen, äh, zum Lernfeld 6, Güter verpacken, ähm, und wir wollen einmal hier weiter sliden und, äh, ja, ihr seht schon die Euro-Palette, ja, ihr habt jeden Tag mit Euro-Paletten zu tun, ja, ihr seht die jeden Tag und, ähm, ja, gehört auch, äh, zum Thema, äh, Güter verpacken, ja, und, äh, da es am und zu mal oder öfters mal ein paar Fragen zur Euro-Palette gibt und, äh, ihr da natürlich auch informiert drüber sein solltet, ja, weil ihr auch jeden Tag da einfach mit arbeitet, äh, zum größten Teil, ähm, hab ich mich entschlossen, hier mal ein bisschen die Euro-Palette nochmal vorzustellen und euch die wichtigsten Fakten zur Euro-Palette als Verpackung, äh, ja, wiederzugeben. Ja, die Euro-Palette, ne, auch Flachpalette benannt, weil es auch keinen Aufbau hat, sondern einfach eine flache Palette ist, ja, äh, wird organisiert durch die E-Pal, ja, das ist im Prinzip auch, ihr habt immer am rechten und am linken Klotz so einen fetten, äh, Aufdruck, beziehungsweise wurde ja reingebrannt, äh, ein E-Pal-Aufdruck, ja, das steht nicht nur sonst da, sondern man erkennt ja die Euro-Paletten an diesem E-Pal unter anderem, äh, rechts und links auf den Blöcken, das ist die European Palette Organization, die das macht, die, ähm, kümmert sich im Prinzip auch um den Palettentausch, um diesen Pool, ja, das heißt, äh, beladene Paletten werden ja normalerweise dann gegen leere Paletten ausgetauscht und, äh, das ist dieser E-Pal-Pool, ja, ähm, die im Prinzip diesen Palettentausch, beziehungsweise diese Normung, diese ganzen Palettengeschichte organisieren, und, äh, ja, dafür verantwortlich sind, ja. Ich hab euch noch mal ein paar kleine Daten zur Palette, eure Palette mitgebracht erst mal, ne, das Material, ja, ist Naturholz, ja, die, äh, meisten Blöcke, also diese Mittelblöcke sind manchmal auch aus Naturholz, beziehungsweise meistens ist es Pressspan, ja, ähm, wo die Blöcke mit, äh, ja, befestigt sind, beziehungsweise aufgebaut sind, das ist manchmal ein bisschen blöd, weil Pressspan, wenn es feucht wird, ja, hat man nicht viel was davon, das heißt, die könnten dann eventuell, äh, nach einer Zeit, wenn sie natürlich dann, äh, feucht werden, äh, schneller kaputt gehen, aber, ähm, ja, dann werden sie halt schon mal richtig nass, außer sie stehen draußen, ja, dann vermodern die irgendwann ein bisschen, aber, ähm, ja, gehen ja auch mal kaputt, ne, so Euro-Paletten, aber so ist es halt, ja, und Pressspan ist natürlich ein bisschen billiger, als immer Naturholz zu nehmen, und, äh, deswegen hat man das so gemacht, ja, und das ist auch erlaubt und, äh, ist auch alles okay. Ja, die Größe, äh, sollte auch jeder drauf haben, sind, äh, 0,8 Meter mal 1,2 Meter, das ist die Breite und die Länge und die Höhe ist 14,4 Zentimeter, beziehungsweise 0,144 Meter, ja, diese, das solltet ihr auf jeden Fall wissen, ja, wie groß eine Euro-Palette ist, das ist euer Allgemeinwissen sozusagen im Lager und, äh, das solltet ihr drauf haben und die Größe solltet ihr auf jeden Fall immer am Start haben, ja, ganz wichtig, sonst wird's tatsächlich ein bisschen peinlich, ähm, wenn man da mal nach gefragt wird, ne, und wenn man da jeden Tag mit arbeitet, muss man sowas drauf haben. Ja, das Gewicht ist, äh, auch unterschiedlich, ne, so 20 bis 25 Kilo, sagt man, je nachdem, wie, äh, die Holzfeuchte darin ist, wie feucht das Holz ist, wo man es gelagert hatte, wie viel Feuchtigkeit da reingezogen ist, ja, das gibt natürlich auch nochmal ein paar Kilo drauf, also man kann immer sagen, so 20 bis 25 Kilo, äh, Tara hat so eine, äh, Euro-Palette, ja, ist eine Mehrwegverpackung, ja, es gibt auch Einwegverpackungen, Einwegverpackungen schmeißt man dann direkt natürlich weg, das ist eine Mehrwegverpackung, eine Euro-Palette, ne, wir haben gerade oben gesagt, es findet immer ein Palettentausch statt, da ist ein, äh, Austauschpool, die können mehrfach verwendet werden, ja, die Euro-Paletten, äh, dafür sind sie da, die können mehrfach benutzt werden, gehen in den Pool wieder rein und wenn sie kaputt sind, werden sie entweder repariert, ja, oder, äh, gesäubert, äh, teilweise auch, ähm, gehen dann wieder in den Pool rein und wenn sie natürlich ganz kaputt sind, dann werden sie aus diesem Tauschsystem rausgenommen und dann war es das für die, ja, wenn die verschrottet. Äh, die Tragfähigkeit, habe ich euch auch mal hingeschrieben, sind 1500 Kilogramm, wenn ich so eine Sandwich-Palette mache, beziehungsweise Stapel, ähm, und dann im Prinzip eine, schon eine gepackte Palette habe, ja, äh, kann die unterste Palette, kann teilweise auch eine Auflastnummer von, äh, 5000 Kilo, äh, also sagen wir mal 4000 bis 5000 Kilo, äh, stemmen, ähm, da muss aber dieser, 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 dieser Unterbau, also die erste Palette unten, äh, muss dann dafür auch ausgelegt sein, das heißt aber eine Palette kann 1500 Kilogramm an sich normalerweise tragen. Ja, ähm, ich habe euch noch die Form der Euro-Palette mal gegeben, es gibt nicht nur die normale, äh, Euro-Palette, die 1,20 Meter lang und 80, äh, also 0,8 Meter breit, beziehungsweise 80 Zentimeter breit ist, sondern man hat auch eine ePAL 2 Palette, ja, die hat ein bisschen andere Maße, ich habe euch auch mal hier die, ähm, Bilder dazu gestellt und, äh, die 2 Euro, äh, die ePAL 2 Palette hat, äh, die Maße 1,20 Meter, äh, mal 1 Meter, äh, ja, es gibt noch eine ePAL 3 Palette, äh, habe ich euch auch hier mal hingezahnt, hat auch eine andere Maße, das ist dann einfach 1 Meter mal, äh, 1,20 Meter und die ePAL Halbpalette, ja, die gute Düsseldorfer Palette, das ist eine Halbpalette und, äh, hat die Maße 0,8 Meter mal 0,6 Meter, ja, hier bitte beachten, die Breite wird nicht verkürzt, ja, nur die Länge und dann haben wir 0,8 Meter mal 0,6 Meter und das ist unsere Düsseldorfer Halbpalette, die ist ein bisschen kleiner, passt weniger drauf, ähm, aber ist ein bisschen kompakter und zählt aber auch als Euro Palette. Das zu diesen drei Formen der Euro Paletten, ja, die sind nicht so wichtig, die werden auch, äh, selten nachgefragt, die Halbpalette mal eher als die ePAL 3 Palette und die ePAL 2 Palette, ähm, aber ihr habt ja die, 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 äh, die, die Größen nochmal und dass es die gibt, ja, und vor allem die Düsseldorfer Palette, die solltet ihr euch doch mal ein bisschen mehr im Kopf behalten, die könnt ihr mal drankommen, das wird ab und zu mal nachgefragt, ähm, ansonsten habt ihr hier nochmal die Formen aufgelistet. Ja, die Unterfahrbarkeit, auch ein wichtiges Thema, ja, ähm, wie können Paletten unterfahren werden, jetzt habe ich auch mal noch ein bisschen, nicht nur die Euro Palette genommen, sondern habe auch mal gesagt, jetzt soll ich euch mal gezeigt, was es noch für andere Möglichkeiten gibt. Also die Unterfahrbarkeit, auf, äh, von wie vielen Seiten kann ich die Palette mit dem Gabelstapler unterfahren, ja, um die Ware dann im Prinzip oder die Palette, äh, hochzuheben und, äh, ja, bei der Euro Palette ist es so, ihr seht hier links die Euro Palette, ja, ähm, da sind jetzt nicht die EPA-Zeichen dran, ist aber egal, so sieht ungefähr eine Euro Palette ja aus, ähm, ist eine Vierwegpalette. Warum heißen die Dinger Vierwegpalette? Ja, weil sie von allen Seiten unterfahrbar ist, ja, ihr könnt sie von der Länge unterfahren, von beiden Seiten, ja, ihr seht da links und rechts kann ich im Prinzip von der Länge her, kann ich mit meinen Zinken, ähm, die unterfahren, kann die aber auch von der Breite her unterfahren, ja, also hier vorne und hinten kann ich die unterfahren und das ist egal, wie ich die beispielsweise ins Lagerregal stelle, ja, ob, äh, mit der Längsseite oder mit der Querseite, ist egal, ich kann sie in jedem Fall immer auslagern und von jeder Seite unterfahren. Ja, es gibt aber auch, äh, es gibt Paletten, das sind jetzt keine Euro Paletten, ja, die sind von allen Seiten, also Vierwegpalette unterfahrbar, äh, aber es gibt ja auch Paletten, äh, die kennt ihr, die sind an der Seite an der Länge beispielsweise zu, ja, die kann ich nicht von allen Seiten unterfahren, das sind Zweiwegpaletten, ja, die kann ich nur von zwei Seiten unterfahren, ähm, ist keine E-Pal, wie gesagt, aber alle oder manche andere Palettenvarianten, ja, es gibt ja nicht nur die Euro Palette, ähm, die kann ich nur von zwei Seiten unterfahren, ja, beispielsweise nur von der Länge aus, ähm, oder ich kann sie vielleicht auch nur von der, von der Breite aus unterfahren, ja, das sind diese Zweiwegpaletten. Also merkt euch, ja, Unterfahrbarkeit auch immer ganz wichtig, äh, dass ihr wisst, ähm, ähm, was ist eine Vierwegpalette, was ist eine Zweiwegpalette und was heißt das, ja, und wenn ihr sowas hört, das ist halt immer mit der Unterfahrbarkeit zu tun, dass ihr dann entweder nur von zwei Seiten oder von vier Seiten die Palette mit eurem Stapler unterfahren könnt. So, gut, das soll es zur Unterfahrbarkeit sein, ja, machen wir einen Haken dran, merkt euch das, Vierweg- und Zweiwegpalette, was das ist. Ja, ich habe mich, äh, noch mit der Kennzeichnung, äh, für euch beschäftigt, das wird auch ab und zu mal gerne nachgefragt, woran erkenne ich denn überhaupt Euro Paletten, beziehungsweise was sind die Merkmale an diesen Euro Paletten? Bevor wir auf dieses, äh, tolle 4K HD Palettenauflösung kommen, die ich hier benutzt habe, ja, erstmal allgemein, welche Vorgaben, äh, hat denn überhaupt so eine Euro Palette, ja, die sind ja genormt, erstmal auf, äh, 0,8 Meter mal 1,2 Meter, beziehungsweise 1,2 mal 0,8 Meter lang und, äh, sie muss entrindet sein, ja, das heißt, äh, man muss nicht mehr explizit draufschreiben, dass sie entrindet ist, ja, aber das Holz, das Naturholz muss entrindet sein und viel, viel wichtiger ist, und das erkennt ihr immer in diesen mittleren Balken, ja, das habe ich euch hier auch beim IPPC-Logo im Prinzip nochmal alles aufgeschrieben, ähm, es muss gegen Schädlinge behandelt sein, äh, wie das passiert, ähm, zeige ich euch das gleich, aber diese zwei Sachen müssen mal, diese Vorgaben müssen erfüllt sein, plus natürlich die Größe, das Gewicht, ja, was auch natürlich erfüllt werden muss, und, äh, wie sind denn eigentlich solche Euro-Paletten gekennzeichnet? Ja, ganz wichtig, ne, links und rechts habt ihr entweder das EPA-Logo, beziehungsweise, ne, damals gab es auch dieses EUR, also Euro-Logo, ja, das war ein anderer, äh, Dienstleister, beziehungsweise Hersteller im Prinzip, das hat dann gewechselt, die Euro, äh, äh, Paletten mit EUR drauf, die sind auch noch gültig, ja, die könnt ihr auch annehmen, aber nur bis dieses Jahr 2021 ist dieser Tausch im Prinzip nur noch möglich, ähm, ansonsten sind die EPA-Geschichten, ähm, dann jetzt, äh, marktführend, beziehungsweise, äh, die seht ihr immer mehr, ähm, und, äh, ja, wie gesagt, eine Euro-Palette muss an den rechts, am rechten Block, beziehungsweise am linken Block, äh, muss dieses EPA-Stehen, ja, das ist die Kennzeichnung für die European Palette Organization, äh, daran erkennt ihr es immer, dass es sich um eine Euro-Palette handelt, ja, auch wenn ihr ja gerade nicht wisst, ob das Ding entrinnt ist, beziehungsweise mit Schädlichen behandelt worden ist, ähm, das steht da immer drauf auf den Euro-Paletten, diese Kennzeichnung, ja, und ganz wichtig ist genau dieser Block in der Mitte, ja, da habt ihr immer dieses Zeichen da oben draufstehen, ich hab's euch hier unter das, äh, oben hinten nochmal gezeichnet, beziehungsweise nochmal angegeben, was da immer so steht, ja, sieht aus wie so eine, so eine Weizen, äh, Ehre oder sowas hier links, wo dieses IPPC steht, ähm, was das bedeutet, äh, das will ich euch auch nochmal kurz darstellen, beziehungsweise was da draufsteht und was diese ganzen Buchstaben bedeuten, weil das kommt nämlich ab und zu auch mal in der Abschlussprüfung vor, dass man da mal eine Frage zu beantworten muss oder irgendwas ankreuzen muss und da solltet ihr euch natürlich auch die Punkte mitnehmen und wissen, was das denn alles bedeutet, genau. Ich hatte gerade gesagt, äh, diese, diese, diese Euro-Paletten müssen gegen Schädlinge behandelt sein, ja, und dieses IPPC-Logo ist im Prinzip dafür da, dass man, äh, nachvollziehen kann, dass das nämlich passiert ist, beziehungsweise auch zu schauen, wo die Paletten hergestellt werden, wurden, beziehungsweise wer diese Palette auch hergestellt hat, ja. Ähm, ja, wir haben hier oben dieses DE-XX, ja, dieses DE bedeutet im Prinzip, ja, das ist die Buchstabenkombi für das Land, wo, äh, das hergestellt worden ist, beziehungsweise wo es betrieben wird, ja, dieses XX, ähm, ist der Buchstaben, ist der Buchstabenkombi für die zuständige Behörde, ja, ähm, die sich dafür, äh, die, äh, das im Prinzip kontrolliert, beziehungsweise die Behörde, die dafür zuständig ist, ja. Wir haben hier diese Registriernummer, ne, da ist jetzt 0, 0, 0, 0, 0, 0, das sieht auch nochmal natürlich nur anders aus, äh, von dem Betrieb, der diese, äh, Holzbehandlung durchgeführt hat und, ähm, ja, ja, und ein HT, das ist die Behandlungsmethode, da kommen wir nämlich jetzt diese, äh, Behandlungsmethode gegen die Schädlinge an, ja, HT, das wurde auch schon mal gerne nachgefragt, was dieses HT bedeutet, ja, das heißt Heat Treatment, das heißt, es wurde mit Hitze behandelt, ja, damit diese, äh, Schädlinge im Prinzip absterben und da auch gar nicht reinkommen, ja. Ja, HT Heat Treatment mit Hitze behandelt, ja, das ist die Behandlungsmethode für die Euro-Methoden. Es gibt auch noch dieses Kennzeichen MB, ja, das heißt Methylbromid, das heißt, das Wort mit Gas behandelt, das ist aber hier in der EU noch nicht erlaubt und, äh, das gibt es hier einfach noch nicht. Und, äh, unter dem, äh, IPPC-Logo habt ihr ja noch eine Zahl stehen, ja, hier ist es 1, 2, 3, 8 und 10. Was bedeuten diese Zahlen? Ja, die ersten, also das links steht, ist der Herstellungsbetrieb, ja, die haben so eine Nummer, jedem Betrieb ist eine Nummer zugeordnet und man kann dann im Prinzip den Herstellungsbetrieb auch zurückverfolgen, falls da was mit ist. Man hat das Herstellungsjahr, ja, hier in der Mitte, da waren es jetzt 2008, jetzt wäre es, äh, 21, die da stehen würde und, äh, ganz rechts haben wir den Herstellungsmonat, also 1 bis 12, damit man gucken kann, wann die Palette hergestellt worden ist und welcher Betrieb es war. So, und damit kann im Prinzip jede Palette auch jedem Betrieb zugeordnet werden, ja, man hat im Prinzip hier überall stehen, ähm, was gemacht worden ist, beziehungsweise wer es gemacht hat und wie es behandelt worden ist, äh, man hat die zwei Kennzeichen hier draußen drauf, man hat hier in der Mitte im Prinzip das IPPC-Logo mit den Daten drauf und so ist eine Euro-Palette, wie sie aussehen sollte und die kann dann benutzt werden und kann in den Pool aufgenommen werden und, ja, gebraucht werden. Gut, ja, Kennzeichnung, machen wir auch einen Haken dran, äh, das, äh, solltet ihr auf jeden Fall über die Euro-Palette wissen und, äh, jetzt ist noch ganz wichtig, ich hab euch hier noch, äh, die Stapelform und die, äh, ja, Palettenartenformen nochmal, ähm, äh, aufgezeichnet, beziehungsweise nochmal erklärt, wird auch mal gerne abgefragt, welche Stapelformen es an der Palette gibt, haben wir hier links, ja, die lineare Stapelung, schnelles und einfaches Stapeln ist hier möglich, das bedeutet, ihr stellt die einfach linear übereinander, beziehungsweise untereinander, ja, so sieht's dann aus, man, äh, macht keine Verbundstapelung oder sonst irgendwas, ne, ähm, negativ ist natürlich hier dran, man hat da nicht so eine gute Stabilität, aber man kann schnell und einfach stapeln und, äh, man kann da natürlich für die Stabilität, kann man da sich noch, äh, eine Folierung drum machen und dann klappt das auch oder man macht die Verbundstapelung, man sieht, sie sieht aus wie so ein Häuschen, ja, beziehungsweise so ein Mauerwerk, ihr seht, ne, man, äh, man stellt hier nicht dann, äh, die Waren oder die Pakete nicht irgendwie linear über und nebeneinander, sondern die werden im Prinzip von der untersten Ebene, äh, genau andersrum gelegt, sodass eine Verbundstapelung, äh, zustande kommt, ja, dass sie nicht einfach linear untereinander liegen, sondern, äh, im Prinzip von Ebene zu Ebene immer, ne, einmal quergelegt werden, äh, hat einen besseren Halt für die Ware auf der Palette, ja, hat eine bessere Sicherheit, ähm, dauert natürlich ein bisschen länger, äh, beim Stapeln, ähm, das heißt, der Zeitfaktor ist ein bisschen länger, aber man hat, äh, ja, im Prinzip einen besseren Halt und Stabilität, äh, auf der, auf der Palette drauf, was sich in sich im Prinzip ein bisschen besser hält als eine lineare Stapelung, ja, diese zwei Formen müsst ihr kennen, ja, und die werden auch gerne mal abgefragt und, äh, ja, das ist dann auch schon, äh, zu den Stapelformen der Palette und, äh, ja, welche Palettenformen, ja, gibt es, ja, ihr seht links, die Artikelreine Palette bedeutet ganz normale Palettenstapelung, ja, ihr habt ein Artikel, die werden dann, äh, auf der Palette palettiert, ja, und, ähm, werden dann im Fendente noch umreift, foldiert oder sonst irgendwas, aber Artikelrein bedeutet, ihr habt nur einen Artikel auf einer Palette und, äh, der wird dann als Packstück fertig gemacht, ja, ihr habt hier noch Milchpaletten in der Mitte, ja, wir haben Artikelreine Palette, wo nur ein Artikel drauf ist, ja, es können aber auch Milchpaletten sein, das bedeutet, da sind unterschiedliche, äh, Artikel drauf, ja, hier einmal ein orangener Artikel, ein blauer Artikel und ein gelber Artikel, unterschiedlich dann, äh, auf der Palette geordnet, am besten Fall dann halt zusammenstehend, damit man dann nicht nachher, äh, euer Kunde da irgendwie was, ähm, ja, suchen muss, beziehungsweise sich die unterschiedlichen, äh, Güter noch dann irgendwie da zusammen, äh, suchen muss, sondern, äh, man stapelt die dann natürlich dann auch irgendwie verbunden, ja, auf der Palette, ähm, aber trotzdem sind es unterschiedliche Waren, die unterschiedlich auf eine Palette geladen werden und hier rechts, ja, haben wir die gute Sandwich-Palette, die solltet ihr euch auch merken, die Sandwich-Palette, ja, das heißt, ihr habt unten eine Palette mit, äh, mit einem Artikel, stellt eine Palette drauf, habt dann auch einen Artikel, stellt nochmal eine Palette drauf, habt einen anderen Artikel und dann können drei Paletten im Prinzip mit drei unterschiedlichen Artikeln geladen werden und übereinander gestellt werden und sowas nennt man dann Sandwich-Palette. Ja, damit wären wir wieder durch, äh, ich hoffe, es hat euch wieder gefallen, beziehungsweise es hat euch etwas gebracht, wir haben uns nochmal ein paar Themen angeschaut aus Güter verpacken, die sind eigentlich immer recht wichtig, die Themen und, äh, ich hoffe, ihr habt die verstanden, äh, es kommt noch, äh, vielleicht nochmal ein Video dazu, nochmal zu Lernfeld 6, wo ich dann auch die unterschiedlichen Verpackungen mal auseinandernehme, aber das ist erstmal recht wichtig, ja, lernt das und, äh, ich wünsche euch noch einen schönen Tag, beziehungsweise eine schöne Woche und macht's gut, bis zum nächsten Mal.